Rissen 3 Titanlords, der dritte und letzte Teil der Rissen Trilogie aus dem Hause Piranha Bytes vom Publisher Deep Silver. Es ist ein Rollenspiel, ein Open-World-Spiel mit einem, ich glaube, Abenteuer-Fantasy-Piraten-Setting und ein Let's Play von Rissen Teil 1 habe ich ja schon gemacht. Rissen Teil 2 läuft als Let's Play aktuell noch. Wer möchte, dass ich nach dem Abschluss von Rissen 2 Dark Waters nahtlos mit dem Projekt Rissen 3 Titanlords anfange und wieder mit dem namenlosen kleinen Helden und seiner Freundin Patty durch die Inseln und an den Stränden und durch die Wälder und sonst wo lang ziehe, der möge diesem Video hier einen Daumen hoch geben. Ich weiß über Rissen 3 Titanlords nichts, nicht mehr als diese Screenshots die ja gerade durchlaufen. Ich glaube, ich habe gehört, dass es wieder Kristallmagie gäbe. Das würde der kleine Held dann auch wieder machen. Und wie üblich würde wieder hinter jeden Baum gespäht, jede Truhe geknackt und jede Quest erledigt, die zu finden ist. Daumen hoch, wer dieses Projekt in Zukunft auf meinem Kanal sehen möchte.